Tja, heute seht ihr mich mit Mundschutz, aber nicht lange. Ihr wisst, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, solange wie es geht, dass wirklich die Zeit so schnell wie möglich vorüber geht und wir wieder ins normale Leben zurückkehren können. All die krank sind, denen wünsche ich gute Besserung. Die nicht krank sind, bleibt gesund. Heute, 1. Mai, bleibt da auch vorsichtig. Und geht kein großes Risiko an. Heute der Trainingsplan, den ich mir überlegt habe, ist folgender. Wir machen heute einen Spaziergang und zwar von 120 Minuten. Ihr nehmt dazu eine Flasche Wasser mit, eure Liebsten, mit denen ihr in einem Haushalt lebt. Und dann geht ihr mal, macht ihr mal einen Spaziergang von wirklich 120 Minuten, 2 Stunden, spaziert ihr mal heute und das ist ein Training, ein bisschen Ausdauer ist dabei. Ihr könnt euren Rucksack mitnehmen, ihr könnt auch keinen Rucksack mitnehmen und dann versucht ihr mal, Leute, Entspannung, das Training so zu sehen und einen langen Spaziergang mit der Familie zu machen. Bleibt gesund, haltet durch und lasst nicht nach. Euer Andi und das Team Atlantis. Alles Team Atlantis.